Hallo, hier ist Klamotterfrosch aus dem Sesamstraßenstudio. Heute muss ich euch mal was erzählen. Ich hab einen neuen Kanal gefunden. Der ist von MacRico. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, MacRico hat über 50 Abonnenten. Nein! Doch! Das mit Gemüseschnitzen, Musikvideos und Klavierspiel. Nein! Doch! Und ich bin heute hier, weil Sie noch kein Abonnent sind. Ich? Sie! Nein! Doch! Ich bin ein Abonnierer. Das Bewusstsein für einen guten Kanal ist nachher von Ungebrochen, der Kanal von MacRico. Ausgangspunkt für diesen konstruktiven Kanal ist natürlich auch die wunderschönen Ernährungstipps, die sehr gut für uns alle und vor allem auch für etwas mummelige Menschen geeignet ist. Ja, ich freue mich, gerade auf dem Kanal das so zu sehen. Es wird nur MacRico Art first sein. MacRico Art first sein. MacRico Art first. Applaus Ich? Ich? Ich... Ich? 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 Amen.